Das ist Rennsport. Du wirst nie mehr der Rennwagen sein, der du einst warst. Du kannst die Zeit nicht zurückdrehen, Junge. Also schau gar nicht erst zurück. Die Rennsportwelt wandelt sich gerade. Rollbänder, Windkanal, Virtual Reality. Daran arbeiten wir noch. Und interaktive Rennsimulation. Wow, 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 wow! Gefahr, Barriere durchbrochen. Sie stehen in Flammen. Falsche Richtung. Scheiß das ab, scheiß das ab! Sie hatten einen Unfall. Da haben wir ja noch einen Haufen Arbeit für uns. Ich freue mich so darauf, Sie trainieren zu dürfen. Stellen Sie sich vor, wie Sie siegen, und zwar gegen diesen Kerl. Adieu! Der Strand hat mich gefressen. Woche für Woche verkünden erfahrene Rennwagen ihren Abschied, um Platz für die Jüngeren zu machen. McQueen, haben Sie über einen Rücktritt nachgedacht? Keine Frage, ne? Okay, Paparazzi. Du wirst nie so schnell werden wie Storm, aber du kannst klüger sein. Viel Glück, Jam. Du wirst es brauchen. Ich entscheide, wann es vorbei ist. Du gewinnst hier nicht! Zieh dich besser warm an Storm.